Vorlage Infobox Ort in der Türkei Wartung Landkreis Iskenderun ist eine Stadt in der Südtürkei. In der Provinz Hatay am östlichsten Zipfel des Mittelmeeres, dem Golf von Iskenderun. Seit einer Gebietsreform 2014 ist der Landkreis flächen- und einwohnermäßig identisch mit der Kreisstadt. Früher war diese Stadt ein Hafen für Aleppo in Nordsyrien. Heute ist sie das Handelszentrum einer Region, in der Getreide-, Tabak- und Zitrusfrüchte angepflanzt werden. Sie ist aber auch ein wichtiges Industriezentrum und der Endpunkt einer langen Ölpipeline aus dem Nordirak. Außerdem ist Iskenderun einer der wichtigsten Mittelmeerhefen der Türkei. Geschichte Iskenderun wurde von Alexander dem Großen 333 V. CHR als Alexandreya Katissen gegründet. Nach dem Sieg über Darai aus Drei und die Peser in der Schlacht bei Isos wollte Alexander damit Myriandros als Schlüssel zur kilikisch-syrischen Pforte ablösen. Iskenderun liegt ungefähr 37 Kilometer südlich des damaligen Kampfplatzes. Während des ersten Kreuzzugs wurde Iskenderun von den Kreuzfahrern erobert und dem Fürstentum Antiochia eingegliedert. Um 1160 wurde die Stadt von den Armeniern eingenommen, Reinald von Schatillon als zweiter Gatte der Konstanze von Antiochia, Fürst von Antiochia. Eroberte die Stadt im Auftrag Kaiser Manuels I. Zurück und übergab sie den Templern, welche die Burg Bagras erbauten, die die kilikische Pforte bewachte. Nachdem Manuel Reinald das versprochene Geld verweigerte, schloss er mit Billigung der Templer ein Bündnis mit Toros von Armenien. Ab dem 16. Jahrhundert war Iskenderun Teil des Osmanischen Reiches. Von 1920 bis 1938 gehörte der Sensshak Alexandrette, die spätere türkische Provinz Hatay, einschließlich Iskenderun zu Syrien. Das französisches Mandatsgebiet war. Vom 2. September 1938 bis 23. August 1939 war Iskenderun Hauptstadt des kurzlebigen Staates Hatay, der seither einen Bestandteil der Türkei bildet. Es wohnen ca. 200.000 Menschen in der Stadt. In der Stadt leben verschiedene Ethnien, darunter Kurden, Türken, Araber und Armenier. Bekannte Persönlichkeiten. Selchuk Inan, Fußballspieler bei Galatasaray Istanbul und in der Nationalmannschaft. Ismail Köyibasi, Fußballspieler bei Besiktas Istanbul und in der Nationalmannschaft. Özgür Özata, Schauspieler. Ali Özgür Özdil, Islamwissenschaftler und Religionspädagoge. Luigi Padovese of Mkep, römisch-katholischer Bischof und apostolischer Vikar von Anatolien in der Türkei sowie Vorsitzender der türkischen Bischofskonferenz. Hier auch ermordet. Uğur Shahin, Immunologe und Onkologe. Athanasios Tutangi, Erzbischof von Aleppo in Syrien. Fevzi Zemzim, ehemaliger Fußballspieler und Trainer. Halil Gübeyers, Schriftsteller.